Moin Leute zu einer neuen Aufnahme von unglaublichem Battle-Blog, aber diesmal natürlich im vierten Kapitel. Nein, 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 also ja. Doch, wir waren im vierten. Hilft mir, ich bin in diesem Let's Play gefangen, hilf mir. Okay. Sollte ich dir was sagen, die einzige Methode, wie du hier rauskommen kannst, ist, ist die Schock. Achso, ich bin gefangen bei dir, uuh. Natürlich, du bist so gefangen, dass wir nur hier rauskommen können, wenn wir irgendwie es schaffen ins Ziel. Also mach mit, verdammt. Klar? Okay. Alter, man schlägt nicht. Wir müssen zusammen hier durch. Oh, diese Katzen. Wir müssen zusammen hier durch, wo ich die Scheiße... Ja, ich weiß, kommen wir hin, mein Kumpel. Ja, echt. Hä? Oh, shit, das hat weh. Ja, statt B. Ja, statt B. Ernsthaft, bringe ich doch alleine um. Ich tue mir das nicht immer an. Ähm, wie macht man das mit B, ne? Und dann schmeißen, ja. Mann! Hä? Achso, nee, ist ja nicht B bei mir. Ich hab mich selbst ausgenockt, ich hab mich selbst ausgenockt. Mann, nein, nein, der steht alles im Weg. Ja, weg da, raufschmeißen, raufschmeißen, verdammt. So. Wie machst du das? Und den einfach hoch hier. Wie schmeißst du das? Weil ich's kann. Weil ich's kann. Okay. Bitteschön, Mr., Mr., ich... Ach, du Scheiße. Ah! Ah, äh... Da darf man nicht durch. Da darf ich nicht durch. Wer sagt dir das denn, bitteschön? Ich. Wer ist ich? Weil ich's kann. Hä? Ah, achso, warte. Ja, genau, raufschmeißen. Mit der anderen. Ach, mit B. Nicht gut, ne? Dafür steht B. Ja, ich... Ich noch lernen. Ach, um sein, das schon schaffen. Uah! Oh, ist die süß! Oh, ist die süß! Kickstart! Komm! Oh, ich wollte sie gerade als Spielball benutzen. Komm! Oh Gott! Hilfe! Äh, welcher Weg ist denn richtig? Du, Fall! Ha, geschafft! Oh, shit! Was machst du? War's falsch? Wär's richtig? Ich weiß's doch nicht! Der weiß das schon! Deck hier! Äh... Das wird schon seinen Sinn angeben. Oh Gott! Warte, ich schmeiß dich rüber! Ja! Brauchst du den? Äh, keine Ahnung. Ich schieb ihn! Schieb den Ball! Okay. Du bist gemein. Gar nicht wahr. Doch, du bist einfach nur ganz... gemein. Böse. Was will ich? Böse! Nein, nein, ich bin reingefallen! Ich bin reingefallen! Ich bin reingefallen! Scheiße! Ach, wenn wir hier fertig sind, dann wiederholen wir das im schlimmsten Fall. Ach, sag mal, ich hab' ne Idee. Wirf mich sonst. Atte? Ich mein' es ist, ihr geh' auf mich! Ich wollte mal ausprobieren. Ach so, ja, ich weiß, was du meinst. Ja! Klappt! Ja! Klappt! Toll! Ja, und es klappt! Ja, dann... Oh! Verdammt, ich dachte ich hab's! Ja! Es klappt alles! Ich hab' dir noch die untere gelassen! Das ist sehr lieb! Alter, ich stand doch weit weg! Alter! Nix Shit! Das? Was für ein Shit? Nix Shit! Gar nix Shit hier! Hier ist alles... Toll! Komm her, komm her, komm her! Komm her! Nein, hier runter! Runter, 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 runter! Da... Hier ist ein Wollknall! Ja, müssen wir doch unbedingt hin! Brauchen wir die Wollknalls! Los! Ja, ich schon! Ich hab' nicht alles! Nix! 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 Wo bin ich denn? Ja, da oben! Hey, ich hab's ernsthaft! Ja! Toll! Alter! Wieso wirfst du mich da rein? Nö, leck mich doch! Scheiß Kätzchen! Kätzchen, du fuck Kätzchen! Fuck Kätzchen, ja! Fuck Kätzchen, ja! Fuck Kätzchen, ja! Halt, halt, halt! Boah, das ging aber schnell! Nein! Ich nutze mich mal und spring da rüber! Okay! Ich benutze dich wieder! Ja, mag sein, aber da! Ist tot! Was hab ich nur getan? Du hast was gutes für die Welt getan! Eine Katze weniger, oder was? Ja! Eine Katze weniger ist eine gute Katze! Eine Katze weniger ist eine gute Katze? Ey, der Satz ist geil! Toast! Ja! Du bist gebratener Frühstück Toast! 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 Toast ist toll! Jeder liebt Toast! Die machen immer auf Engländer! Toast! Ja, lieber! Jeder liebt Toast! Jeder liebt Toast! Mit Tomaten Salern! Natürlich liebt jeder Toast! Mit Tomaten Salern! Mit Tomaten Salern! Toast! Mann! Ja! Toast! Ja! Toast! Mit diesem Let's Play werden wir sogar noch berühmter als Toast! Ach, ernsthaft? Glaubst du einfach? Ich wette, es gibt einen Toast LP, der mehr hat als wir! Wetten, das gibt's? Heutzutage gibt's alles! Ja, wenn's natürlich sowas wie... Wenn es schon Let's Player gibt, die ein Haus... Die Haushaltsgeräte im Namen haben... Dann auf jeden Fall! Lass mal da unten hin! Was ist da unten denn? Oh, siehst du, du hast ja alles kaputt gemacht! Jetzt kommen wir da nicht mehr ran! Ich gar nicht! Doch, du hast es doch kaputt gemacht! Habe ich nicht! Wie denn? Was hätte ich denn machen? Ey! Du hast den Stein da runter fallen lassen, der da oben drin war! Du hast das! Jetzt ist wegen dir alles kaputt! Verdammt doch! Mann! Alles kaputt! Seit wann kann ich von der Dom klettern? Seit wann kann ich fliegen? Oh nein! Oh, Entschuldigung! Nein! Es ist nicht immer so! Hey, ich wollte gerade das Rennen gewinnen! Nein! Ha! Gewonnen! Aber auch nur weil die so schön weich waren! So weich! Schön weich! Vorsicht! Hier kann man sterben! In dieser Produktionsanlage von Schieß mich tot! Das man kann! Ja! Achso! Durch Stein! Tod durch Stein! Ja! Mann! Entschuldigung! Ich blockiere mich mal! Wozu gibts? Nein! Ne! Weg da! Hm! Alter! Das ist ja wirklich eine Zeitlauf! Ah! Jetzt klemmen wir unten fest! Ah! Alter! B wird auf mich schleißt! Boah! So was ist verfickt anstrengend! Boah! Na gut! Verdammt nochmal! Vorsicht! Der kann sterben! Ich wollte zwei Minuten demonstrieren! Da! Siehst du! Er kann jetzt sterben! Ich dachte ich schaff's! Ach! Warum denn? Warst du hier oben schon? Warten wir jetzt hier oder was? War das schlecht! Treffer! Ich bin sehr grob oder? Oh ja! Ich weiß was das hier werden soll! Kommst du mal her? Welche Richtung? Ha! Ich kenn das schon! Deswegen ist er ja das gemeine hier! Das ist schon wieder ungenockt! Selbst ungebracht! Ja! Ich knock mich öfters mal um! Du wirst schon sehen was das dir bewirken soll! Ha! Verstehe ich schon! Nein! Nein! Ich verstehe schon! Aber ich will eigentlich da unten gerne ran! Puff! Quatsch! So! Du kannst schon mal den ersten holen! Ich will aber da unten ran! Du hast ein Wollknäuel! Du hast ein Wollknäuel! Du hast ein Wollknäuel! Nein, 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 nein! Ah! Bleib locker! Und er lässt fallen! Lass fallen! Und geht er weg! Schon hast das Wollknäuel! Das ist alles Technik! Wie haben wir das? Alles Technik, Digga! Alles Technik! Wir haben es geschafft! Ich musste den da auffangen! Na und? Technik! Ist mir doch egal! Ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft! Ich wollte nur zeigen, dass ich hier Beste bin in Technik! Achso! Ja, ich bin Beste! Achso! Du bist Philips und ich bin Samsung oder was? Nein! Ich bin irgendwas! Ich bin eine eigene Marke! Die Marke Code! Nein! Wind! Die kennt doch jeder! Ey! Wir sind hier in der High Society! Kann das sein? Ja! Hm! Wenigstens nicht mehr der Spendel vom Messer! Hm! Aber die Lobby sieht immer noch genauso beknackt aus! Weißt du, wie viele Eingänge es dir geben muss? Irgendwas sitzt Hetty da oben und hier gibt es 5000 Eingänge, habe ich den Eindruck! Die immer zum selben Ort führen! Ha! War schnell gekauft! Ey! Da ist einer mit Monocle! Ist das nicht normal? Nein! Einer mit einer Herzchenbrille! Das ist normal und cool! Ich meine... Ja! Mit einem Monocle, der ist etwas extravagant und meistens ziemlich auf reich getrimmt! Somit... Das ist ein... Du bist ein armer Mensch! Ihhh! Ey! Ich habe das nur simuliert! Weißt du? Ich denke nicht wirklich so, Digga! Genau! Mein Digga! Ja klar, Digga! Stauze Digga! Alter Bro! Gehts noch? Alter Atze! Gibt es noch viele Ausdrücke? Was passiert, wenn man eigentlich... Achso! Ich wollte schon mal wissen! Du denkst einfach, du kannst ihn nicht umregnen! Geh durch! Ach, das war dumm! Ja, probier mich mal so! Ich bin in einer strahlenden... Ey! Geh aus dem Weg! Okay! So war das jetzt auch nicht geplant! So! Aus dem Weg hier! Shit! Ja! Sehr gemein! Bist du gemein! Ich schmeiß dich hoch! Okay! Yay! Tut, tut! Das ist zu viel Gewicht! Bitte! Warte! Hallo! Übergewicht! Bitte das Ladegewicht verändern! Du bist zu schwer! Das funktioniert! Alter! Du bist definitiv zu schwer! Du bist einfach zu dick, Mann! Halt die Fresse, mein Bro! Alter! Hör auf mich umzubringen! Hey! Dann kann das Geräusch jetzt tots sein müssen! Nein! Du hast es über mich geworfen, Mann! Nööööö. Ich bin weg! Oh, du Arsch! Wieso bleibst du da stehen? Die Situation ist hier immer scheiße! Weißt du du, wie knackt süß dich hier rüber zu schleppen, Ihnen Drecksdinger? Ich will dich ja mal mal leben! Okay! ich nehm mir ein ja muss auch schnell genug sein und das ist gar nicht so einfach weil man sich selbst hier schnell umlocken kann mit siehst du was ich meine ja nur die letzten warte wir machen die team schmeiß her das hat man davon hier man wir brauchen noch den anderen mein ich ja immer dieses selbst und noch nicht bin einfach zu stark oder zu schwach na gut hast du es auch mal eingemacht und schlag ein ich nehme das schwein mal jetzt mich jetzt verarschen 3m bmw ja das ist noch eine für dich hier im bmw das geht es runter und das schwein ist vierhäckig na gut das ist halt ein panzer wie hofft das vier eigentlich siehst du doch ob es automatisch ist so jetzt geht es hier und digga wo es kann auch sogar schwimmt ja hast gesehen weil ich jetzt mal voll tiefer gelegt ja da er ist nicht so tiefer gelegt nicht so tiefer gelegt sich paaren ja hallo ich hab sie trainiert jetzt wo er weißt du was jetzt musst du noch so musik ein machen dann muss der zu springen so bei san andreas ging das doch Hey, bei San Andreas ging das. Ich will mein Schwein auch. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg. Ja, Mann. Das geht ab. Warte, wir müssen den Schwein unterhalten. Hallo. Ey, was geht? Auf der Tag so gut. Okay, das ist echt geil. Als ich aufgestanden bin. Das war bei mir schlecht. Ich mag aufstehen nicht. Alter, das ist so gescheuert. Aber geil. Oh. Und rausgeflogen. Weder, weder weggeknackt. Oh, Mann. Tja, Leute, sowas kommt mal vor. Ist zwar kein Todesurteil, aber sowas kommt leider mal vor. Aber wir wissen ja, an welchem Level wir waren. Wir schalten dann einfach rück, wenn wir wieder drin sind. Und dann passt das schon. Tschüss. Tja. 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 Bis zum nächsten Mal.